Das Grillen mit einem Gasgrill hat besonders viele Vorteile, nicht nur weil man hier keine Grillkohle benötigt. Insgesamt wird das Ergebnis auch generell von vielen Kunden und Anwendern bevorzugt. Herzlich willkommen bei Dr. Day, dem Ratgeber-Channel für alle Themen des Alltags. Wir sprechen heute über den Nexgrill Deluxe 5B Gasgrill. Lohnt sich das Ganze denn? Wir haben hier einen 5 plus 2 Brenner Gasgrill, der mit einem Edelstahl-Seitenkocher ausgestattet ist und auch ein Infrarot-Seitenbrenner ist hier mit dabei. Alle Empfehlungen aus diesem Video findest du auch nochmal ganz übersichtlich unter dem Video in der Infobox. Dort findest du ebenfalls das aktuelle Top-Angebot, alle wichtigen Informationen aus dem Video und weitere hilfreiche Tipps. Aktuell könnt ihr je nach Angebotszeitraum außerdem noch ein bisschen Geld sparen. Ein Blick in die Infobox lohnt sich auf jeden Fall und weiterhin viel Spaß mit dem Video. Zudem haben wir hier eine ProTouch-Technologie, die zur Anwendung kommt. Was heißt das Ganze? Das heißt, dass der Grill im Prinzip mit einem System ausgestattet ist, welches den Einsatz verschiedener Grillroste ermöglicht. Also gar nicht so spektakulär, aber man kann hier eben auch Töpfe nutzen und letztendlich macht das System diesen Gasgrill sehr flexibel einsetzbar. Und gerade auch dann, wenn man ein zusätzliches Kochfeld benötigt, ist dieses Modell sehr gut geeignet, denn der Seitenkocher ermöglicht es eben direkt am Grill auch zu kochen, ohne dass man dann nochmal in die Küche gehen muss. Wen dieser Grill interessiert, der sollte auf jeden Fall unterhalb dieses Videos nochmal in die Videobeschreibung hineinschauen für den besten aktuellen Preis in unserem Preischeck. Zu dem Zeitpunkt unserer Recherchen. Der Preis kann sich aber natürlich auch noch ändern, also heißt es schnell sein. Insgesamt, wenn wir uns die Features nochmal betrachten, so ist der Outdoor-Grill wirklich sehr, sehr groß von seinen Abmessungen her und sehr hochwertig verarbeitet. Das wird von den Kunden sehr häufig gelobt, sodass das letztendliche Grillergebnis hier sehr, sehr gut ist. Die Auswertung diverser Erfahrungsberichte und Testberichte aus dem Netz sind sehr positiv. Hier wird vor allem das sehr punktgenaue Grillen gelobt. Der Edelstahl-Seitenkocher, der mit dabei ist und auch der Keramik-Heckbrenner, der im Deckel verarbeitet ist, das verbessert nochmal das Grillergebnis. Und insgesamt die Tatsache, dass hier eben sehr viel Edelstahl zum Einsatz kommt, macht den Grill nicht nur sehr einfach zu reinigen, sondern das Ganze wirkt einfach sehr hochwertig, wie viele Kunden sagen und auch relativ schick. Man kann hier sehr gut Steaks zubereiten, Würstchen und auch Spare Ribs, denn wir haben ja auch einen Deckel und können den entsprechend zumachen. Wir haben auch einen Thermometer mit dabei, also gerade auch die fortgeschritteneren Grillfans kommen mit diesem Modell auf jeden Fall gut klar. Auch ist es sehr einfach aufzubauen, was sehr viele Kunden nochmal bestätigen. Insgesamt ist auch die Imbretriebnahme eben sehr, sehr einfach hier. Die Grillröste sind sehr einfach aufzusetzen und auch sehr hochwertig verarbeitet. Insgesamt wird auch die Leistung des Herstellers gelobt. Wenn man da mal Probleme hat, kann man ihn da anrufen und wir haben keine Nachteile gefunden, die hier sehr nennenswert sind, was auch nochmal viele Erfahrungsberichte und Kundenmeinungen zeigen, sodass letztendlich das Preis-Leistungs-Verhältnis hier sehr häufig gelobt wird. Insgesamt also Daumen hoch dafür. Und wir freuen uns darüber, dass ihr uns zugeschaut habt und sehen uns dann sicherlich beim nächsten Video von Dr. Day.